Da hätte ich noch ganz vergessen, wir haben auch unseren Treibholzjagdhund mit, den Rokki. Rokki, komm in die Kamera. Ja. Er ist sehr aufmerksam, passt auf uns auf. Vor allem Mäuse jagen tut er jetzt ganz viel, weil es gibt sehr viele Mäuse hier, habe ich an die gesehen. Und da ist er ganz aufgeregt, der Rokki.